Heute ist Toft Tag der offenen Tür bei PIKO und ich möchte sie dazu alle recht herzlich begrüßen und versuche ein Video zu machen was sie sich hinterher noch mal anschauen können oder wenn sie leider nicht kommen konnten sich daran freuen wie andere Modellbahner andere Familien den Tag genossen haben nach drei Jahren Pause konnten wir also dieses Jahr wieder den Tag der offenen Tür ansetzen und heute ist es soweit warum drei Jahre wir mussten letztes Jahr aussetzen wir machen das ja immer im Rhythmus von zwei Jahren wir mussten letztes Jahr wegen Corona aussetzen und das hat den großen Vorteil dass wir in zwei Jahren so Gott will wieder einen Tag der offenen Tür machen können und dann können wir zum Toft auch unser 75 jähriges Jubiläum von PIKO feiern einer wird ein bisschen verwirrt sein weil in einem anderen Video habe ich gesagt dieses Jahr feiern wir 30 Jahre PIKO ja gut 30 Jahre weil ich vor 30 Jahren am ersten Mai 1992 die PIKO gekauft habe also heute Tag der offenen Tür ich freue mich riesig darauf viele von ihnen zu treffen mit vielen zu diskutieren Erfahrung auszutauschen mir Probleme anzuhören ihnen vielleicht auch unsere Probleme näher zu bringen so dass wir uns gegenseitig ein bisschen besser in den schwierigen Zeiten die wir heute haben verstehen und vielleicht kann ich dem einen oder anderen auch einen Tipp geben es gibt auch eine wieder eine Unterschrift oder ja Zeichnungsstunde zweimal auf Wagen die sie mir dann bringen werde ich einen kleinen Gruß drauf schreiben macht immer sehr viel Spaß sie werden sehen also wir fahren jetzt nach Sonneberg ich nehme sie jetzt mit wir verlassen jetzt den Freistaat Bayern und bewegen uns über die Landesgrenze hier sieht man das Schild für die ehemalige Grenze zwischen West- und Ostdeutschland und gleich danach sehen wir bereits das Willkommensschild zum Tag der offenen Tür PIKO 18. Juni 2022 und kurz vor PIKO kommen wir dann zum PIKO Kreisel den wir hier vorne sehen unsere unsere Ordner sind schon da schönen guten Morgen und schon viel los eigentlich schon habe ich keine VIP-Karte ich hoffe sie kennen mich okay viel Spaß so jetzt gehen wir mal rüber und schauen also ich kann nicht auf meinen normalen Parkplatz fahren weil da schon ganz viele Leute stehen aber wir fahren mal ganz kurz hin und sagen grüß Gott das sind ja die ganzen PIKO Fans schon einen schönen guten Morgen schon richtig viel los hier wird auch schön warm also keine Angst also liebe PIKO Freunde wir sind jetzt hier hinten in der im Versand bei der ersten Wahl und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warten schon alle ganz sehnsüchtig auf sie und wir fahren jetzt nach vorne und machen die Tore auf und dann sehen sie den Ansturm also viel Erfolg schönen Tag viel Spaß hier haben wir die Damen von dem Ersatzteil Service die also schon ganz sehnsüchtig auf ihre Wünsche alle warten also wir rollen jetzt die Sache von hinten auf gehen jetzt durch die Montage noch mal schönen guten Morgen allerseits und wir fahren jetzt vor und machen dann die Tore auf viel Erfolg viel Spaß die Damen hallo wir machen jetzt auf alles Gute schönen Tag viel Spaß danke Morgen so wo sind die Herrschaften und Damenschaften es geht los bitte auf die Plätze so dann hier haben wir noch mal die schönen guten Morgen noch mal bitte alle auf die Plätze es geht los Herr Lorenz auf die Plätze fertig los ja dann aber schnell schönen guten Morgen bitte auf die Plätze ich mache die Tore auf gut aufgezeichnet bitte auf die Plätze morgen es geht los bitte auf die Stände gehen wir fangen an ich mache die Tore auf schönen guten Morgen allerseits ich mache jetzt die Türen auf schön aufgebaut toll viel Erfolg verkaufen sie schön also bitte auf geht's ich wünsche allen einen schönen Tag viel Erfolg die Türen werden jetzt aufgemacht und alle schon aufgeregt nö Frau Roth Herr Bayer können wir aufmachen ja gut Hanni Maus wenn du dann jetzt Morgen Herr Zilling kann ich die Bilder äh die Bilder die kann ich jetzt aufmachen ja dann können sie aufmachen unsere Anmeldung schön so liebe Pico-Freunde und Freundinnen herzlich willkommen wir freuen uns sehr dass sie so zahlreich erschienen sind halt 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 warten sie noch mal mit der Schnur ich möchte das selber aufschneiden nicht gleich losstürmen so also das drehen wir und dann fangen wir weil die da drüben das selber aufgemacht hat fangen wir hier an viel Spaß guten Morgen guten Morgen guten Morgen guten Morgen guten Morgen herzlich willkommen guten Morgen guten Morgen guten Morgen herzlich willkommen morgen 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 Herzlich willkommen allerseits. Freut mich. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu können. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich will Sie dieses Werk. Prima. Morgen. Morgen. Was? In den Innenbereich bitte Maske tragen. Draußen müssen Sie nicht. Innenbereich Maske tragen. Morgen. Morgen. So, werde ich jetzt mal durch die Hallen fahren und mal schauen, was die Pico-Freunde da so alles machen. Wir sind jetzt ein bisschen außer Atem vom Hin- und Herfahren, vom Öffnen des Tors. Aber ich wollte Ihnen jetzt mal unsere Halle zeigen, wo die Pico-Fans alle anstehen für die zweite Wahl. Früher hatten wir, nein, nicht für die zweite Wahl, für die Oldies ganz hinten. Früher hatten wir auf der linken Seite den Verkauf erster Wahl und auch Verkauf zweiter Wahl. Aber das haben wir jetzt etwas entspannt und etwas besser verteilt über die ganze Firma. Aber die ersten stehen schon an und leider müssen Sie da etwas länger warten, weil wir nicht so viele Leute in den Oldie-Verkauf einlassen. So, machen wir, mache ich gerne Ihnen eine, wenn Sie schon aus Tschechien gekommen sind, möchte ich Ihnen noch ein Autogramm geben. Vielen Dank. Wohin? Oh, es ist... Vielen Dank. Ich bin ein RR-Inhaber, sechs Lokos in den großen TT, 55 Baureihen. Prima. So, ist perfekt. Sehr schön. Gut, danke, viel Spaß heute. Danke. Hallo. 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 So, ist schon richtig viel los. Und der Herr Zitzmann macht auch eine Aufnahme von uns. Herr Zitzmann in Aktion. Ja, und jetzt gehen wir mal kurz durch den Oldie-Stand und schauen uns an, was hier so alles los ist. Und wir sehen, dass die Menschen richtig begeistert sind von den ganzen Besonderheiten, die es hier gibt. Zum Basteln ist das natürlich ein tolles Ereignis. Und es gibt nicht nur männliche Modellbahner, sondern wie man auch sieht, gibt es eine Reihe von Modellbahnerinnen, die hier auch einiges suchen, um dann eben irgendwas Schönes basteln zu können. Es macht einfach sehr viel Spaß, wenn man so sieht, dass wir den Menschen mit unseren Produkten so viel Freude machen können. Ja, Herr Marci, wie sieht es denn so aus? Es schaut sehr gut aus, Herr Professor Lüber. Die Leute, die Schwimmereien und die ganzen Teile werden einem aus der Hand gerissen. Wir sind jetzt schon wirklich am Limit. Und jetzt ist es kurz nach neun? Den Augen halten. Boah, ist doch toll, oder? Ja, aber da haben wir um 11 Uhr nichts mehr zu machen. Keine Sorge, ich glaube, da sind noch genügend Sachen da, was die Leute alles kaufen können. Sie können mit Sicherheit alles zufriedenstellen. Hoffen wir es an. Ja, viel Erfolg. Tschüss. Ja, danke schön. Okay, jetzt fahren wir mal kurz durch die Anlagenausstellung. Schauen uns das an. Hier ist eine schöne G-Anlage. Hier haben wir eine H0-Anlage drüben. Die Herren, hallo. Sehr schön. Fahren Sie schon alle? Noch nicht ganz? Mal das gleich sauber machen. Und hier haben wir den Rödenthaler Verein. Mit 132 Holz-Transport. Der fällt gerade nach Sonneberg, um dort aufzuladen. Sehr schön. Sehr schöne Anlage. Gut, und hier hinten. Grüß Gott. Die Herren, hallo. TT-Anlage. Prima. Sehr schön. Morgen. 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 Und hier haben wir eine große Anlage von uns, die immer zum Tag der offenen Tür instand gesetzt wird und dann wieder bewegt wird. Und fährt sie? Hier im Verkauf. Erste Wahl. Und sind einige Leute schon da? Und Frau Geizig, wie sieht es so aus? Gut. Läuft es gut? Ja. Fein. Prima. Sehr schön. Also auch bei der zweiten Wahl haben wir jetzt mittlerweile eine Schlange, weil es bleibt ja nicht aus. Wir können die ja nicht alle auf einmal reinlassen, sonst wird es zu eng. Jetzt müssen sie sich leider hier auch anstellen. Aber sie sind alle froh gemut und das ist schön. Und beim Kinder gibt es auch schon was. Kinder sind auch schon da und malen fleißig. Wir gucken uns das jetzt mal kurz an. Ja, die Kleinen sind schon fest am Malen. Super. Ausgezeichnet. Hallo. Herr Vogt. Hallo. Ich begrüße Sie, Herr Vogt. Das ist sehr schön, dass Sie schon da sind. Prima. Ich freue mich, dass ich Sie erkannt habe, dass ich eingeladen bin und dass Sie wieder was machen können. Prima. Ja, wir machen dann. Wollen Sie noch ein bisschen rumlaufen? Ja, ich muss noch wissen, was ich machen muss. Ich höre ja total auf Sie. Ach, come on. So, sieht gut aus hier. Richtig viel los. Schön. Freut mich. Herr Wächle, ich freue mich, dass Sie gekommen sind und ich finde es ganz toll, dass wir jetzt den Märklin-Pico-G-Wagen, G-Log, dass wir die unterschreiben. Toll. Ich kann nur zurückgeben. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ist mir eine riesige Freude. Ja, tolles Publikum. machen Sie hier. So, also dann. Auf geht's. War schneller, jetzt. Ah, ich schreibe ab. Sind wir frohe Reiter? Soll ich nicht nur was sagen. Dieses Datum, wartet Sie mal. Hat er Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Er hat Geburtstag heute. Alle gratulieren. Und wie wäre es denn, wenn wir singen? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Wolfrod. Happy Birthday to you. Bravo! Herzlichen Dank. So, das ist wirklich, glaube ich, ein historisches, eine historische Lok. Würde auch so sehen. Ja, Wilfer Bechle, Wilfer, Unterschrieben. Ja, Wilfer Bechle. Jetzt ja gerne. Erstmal haben wir es überhaupt, dass wir es überhaupt gemacht haben. Und zum anderen, dass wir jetzt hier zusammensitzen und die Sache unterschreiben. Finde ich toll. Aber sieht sie richtig hammermäßig aus. Großes Kompliment. Okay, also ich möchte jetzt dann mal einige Sachen signieren. Soll ich Ihnen da eine Unterschrift drauf geben? Sehr gerne. Was hätten Sie denn gerne? Für Burkhard. Was? Für Burkhard. Für Burkhard. B-U-A-K-A-R-D. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Oh, es geht weiter. Jetzt kommen die großen Sachen noch. Und das auch für Florian? Können Sie ja machen. Oder jemand anders? Nee, machen Sie, Florian. Für Florian. Wer ist das? Meine Enke. Okay. Wie alt? Zwölf. Und den haben Sie nicht mitgebracht? Nee, das ist, die sind Riesbaden und 4,6. So, bitteschön. Danke. Liebe Pico-Freunde, der Tag der offenen Tür ist vorbei. Sie sind alle sehr zahlreich gekommen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben viele Eindrücke mit nach Hause nehmen können und vor allem den Eindruck, dass Modellbahnspielen Freude macht für die ganze Familie. Sie haben das gesehen, es waren viele Kinder und die Kinder waren begeistert von den Modellbahnen. Sie waren begeistert von den Möglichkeiten, mit der Modellbahn zu spielen. Und das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ich habe mit vielen von Ihnen sprechen können. Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen über die Firma, vor allem aber über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Pico. Und das hat mir eigentlich am meisten Freude gemacht. Also nochmals herzlichen Dank. Wenn Sie nicht da waren, haben Sie sich ja jetzt diesen Film angeschaut. Und ich hoffe, das ist vielleicht ein Anreiz für Sie, dann das nächste Mal zu uns zu kommen. Das nächste Mal wird hoffentlich der Samstag, der 22. Juli 2024 sein, in dem Jahr, wo wir das 75-jährige Jubiläum von Pico feiern wollen. Also nochmals herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch ein wunderschönes Modellbahnjahr und dann bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.